Vor ein paar Tagen erwähnte ich in meinem Vortrag, dass es für das Entstehen eines neuen Lebens vier verschiedene Ursachen gibt. Und eine dieser Ursachen ist Tanna, das Begehren, Verlangen, Anhaften oder Durst. Tanna ist nicht nur für das Entstehen eines neuen Lebens verantwortlich, sondern es ist auch die Ursache für die verschiedensten Arten von Unzufriedenheit, Kummer, Sorgen, Ängste und auch körperliche Leiden. Anhaftung kann variieren von sehr starker oder nur oberflächlicher Anhaftung an eine Person oder eine Sache, bis zu sehr subtiler Anhaftung an die Art und Weise, wie etwas ausgeführt oder gemacht werden sollte. Ich werde euch hier die Geschichte vom ehrwürdigen Tissa erzählen, der zur Zeit des Buddha gelebt hatte und der sehr stark an seiner neuen Robe anhaftete. Eines Tages offerierte ihm seine Schwester eine neue Robe, die sie aus einem sehr feinen und guten Stoff genäht hatte. Zu jener Zeit war es sehr schwierig für die Mönche, eine neue Robe zu bekommen. Oft mussten sie sich Stofffetzen zusammensuchen gehen, bei Leichenfeldern, Abfallhaufen oder am Rand der Straße. Sie mussten sie dann zusammennähen und einfärben. Als der ehrwürdige Tissa nun diese neue, gute Robe von seiner Schwester offeriert bekam, da haftete sich sein Geist sofort an die neue Robe. Es war eine so gute und feine Robe, die er unter keinen Umständen weggeben wollte oder verlieren wollte. Eine kurze Zeit später wurde er aus unbekannten Gründen krank und erstarb. Da seine Anhaftung an die Robe so stark war, wurde er als ein Theta in der Form einer Laus auf der Robe wiedergeboren, die ihm seine Schwester offeriert hatte. Als die anderen Mönche kamen, um die Sachen des ehrwürdigen Tissa einzusammeln, da sahen sie dieses komische Lebewesen auf der Robe irrsinnig herumrennen. Sie hatten das noch nie gesehen und waren sehr erstaunt. Und so gingen die Mönche zum Buddha und erzählten ihm, was sie gesehen hatten. Der Buddha sagte ihnen nur, dass sie die Sachen nicht anrühren sollten für sieben Tage. Als die sieben Tage dann verstrichen waren, gingen die Mönche zurück und sie fanden dieses komische, oder diese komische Theta Laus nicht mehr. Sie war verschwunden. Sie gingen wieder zum Buddha und erzählten ihm es. Und darauf erklärte ihnen der Buddha, dass diese Theta Laus niemand anders war, als der verstorbene, ehrwürdige Tissa. Da seine Anhaftung an die Robe so groß war, wurde er eben als Theta Laus wiedergeboren. Doch nach sieben Tagen wurde er von dieser Existenz befreit und dann an einem anderen Ort wiedergeboren. Anhaftung, Verlangen, Lust, Wollen, Begierde. All das können wir auch mit dem Wort Loba zusammenfassen. Loba ist eine der drei unheilsamen Wurzeln. Die anderen beiden sind Dosa, das ist Abneigung, Aversion, Hass, Zorn. Und die dritte ist Moha, das ist Unwissenheit, Ignoranz. Die Eigenschaft von Loba ist immer festhalten, anhaften an einem Objekt. Man sagt, dass seine Funktion kleben sei. In den buddhistischen Schriften wird diese klebrige Natur von Loba verglichen mit einem Stück Fleisch, das an einer heißen Pfanne anhaftet oder eben klebt. Ein Meditationsmeister aus Sri Lanka stellte diese klebrige Natur von Loba auf die folgende Art und Weise dar. Ein Yogi, der mit diesem Meister meditierte, zeigte es mir, wie der Lehrer ihn das verständlich zu versuchen machte. Offensichtlich hielt er beide Hände so zusammen und mit wilden Bewegungen versuchte er dann, die Hände wieder auseinander zu kriegen. Scheinbar machte er so und er brachte die Hände nicht auseinander, sie hielten zusammen. Scheinbar ging das eine ganze Weile so weiter, bis dann die Nonne, die übersetzen musste, ganz verlegen sagte, Pante, ich glaube, das genügt. Auf jeden Fall machte es einen bleibenden Eindruck auf diesen Yogi und auch ich konnte es seither nicht mehr vergessen. Es gibt noch eine andere Geschichte, mit der wir diese klebrige Natur oder das Anhaften gut illustrieren können. Es ist die Geschichte von der Affenfalle. In gewissen Teilen in Asien gibt es eben sogenannte Affenfallen, mit denen man Affen fängt. Und zwar wird eine Krokodnussschale mit einer Schnur an einem Baum angebunden. Darauf werden ein paar Süßigkeiten auf den Boden der Schale gelegt. Diese deckt man dann mit einem Deckel zu, der eine Öffnung hat, die gerade so groß ist, dass man eine offene Hand hineinstrecken kann. Sie ist aber nicht groß genug, um die geschlossene Hand, die Faust, wieder herauszuziehen. Wenn nun also der Affe die Süßigkeit schmeckt und seine Hand hineinstreckt, die Süßigkeiten ergreift, so kann er seine Hand nicht mehr herausziehen. Die Süßigkeiten setzt in seiner Hand, in der Faust festhalten, ist er gefangen. Er bräuchte nur loszulassen, dann könnte er die Hand wieder herausziehen. Doch die Anhaftung ist zu groß. Er lässt nicht nur los. Und damit hält er sich selber gefangen. Könnte er loslassen, so wäre er frei. Er hätte es selbst in seinen Händen. Dieses Anhaften, das Begehren, das Wollen, die Gier, Begierde, das ist, was der Buddha als die zweite edle Wahrheit genannt hat. Oder es ist die Wahrheit von der Ursache des Leidens. Alle verschiedenen Arten von Leiden sind letztlich bedingt durch Anhaften und Begehren. Das ist eine sehr mächtige und starke Kraft, die uns eben im Kreislauf von Geburt und Tod, im Kreislauf von Samsara gefangen hält. Die Kraft des Anhaftens, des Begehrens, des Wollens, die manifestiert sich in den verschiedensten Gebieten. Wir haften an Personen und auch anderen Lebewesen, zum Beispiel Haustiere. Wir haften aber auch an unseren materiellen Besitzstümmern, wie Schmuck, Auto, das Haus, die Stereoanlage, CDs oder auch an Blumen und Sträuchern in unserem Garten. Weiter haften wir auch am Essen, an gewissen Nahrungsmitteln. Ich glaube, darüber muss ich nicht weiter ins Detail gehen. Aber ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von zwei koreanischen Mönchen, die bei uns in Burma im Mahlzentrum meditierten. Eines Tages kam eine koreanische Frau ins Mahlzentrum zu Besuch, die in Rangun lebte. Und da sie wusste, dass zwei koreanische Mönche bei uns am Meditieren waren, brachte sie die Zutaten für eine echte koreanische Suppe. Sie gab die Zutaten Nini, einer burmesischen Freundin, und erklärte ihr dann, wie sie diese Suppe zubereiten müsse. Am anderen Tag kochte Nini dann diese Suppe und stellte die Schüssel auf den Tisch, an dem die zwei burmesischen Mönche aßen. Scheinbar leerten sie die ganze Schüssel. Nach zwei weiteren Tagen, da kam der Sayada Ujjanaka ins Mahlzentrum, um Interviews oder Einzelgespräche zu geben für die ausländischen Yogis. Wenn der Sayada Ujjanaka jeweils kam, um Interviews zu geben, da sitzen Nini und ich immer hinter dem Zimmer und hören zu. Einer dieser koreanischen Mönche sagte nun im Interview, dass er vor zwei Tagen echte koreanische Suppe gehabt hätte. Und da er für eine ganze Weile schon kein echtes koreanisches Essen mehr gehabt hätte und da die Suppe so köstlich war, vergaß er achtsam zu sein und er konnte gar nicht mehr notieren. Anhaften und Begehren überwältigten ihn und er hatte den Faden total verloren. Oder eben in anderen Worten, sein Bewusstsein haftete fest und unertrennbar am Objekt seiner Begierde. Er konnte nicht mehr loslassen und er musste ein zweites Mal und ein drittes Mal nachschöpfen, bis nichts mehr übrig war. Wir haften nicht nur an Personen und materiellen Sachen und Essen, sondern wir haften auch an unseren Meinungen, Ansichten, Konzepten, Theorien. Es ist noch viel schwieriger, als es sonst schon ist, dieses Anhaften an unseren gehegten und gepflegten Meinungen und Ansichten erstens zu erkennen und zweitens danach loszulassen. Loslassen beginnt normalerweise äußerlich mit materiellen Sachen. Sachen, die wir nicht mehr gebrauchen oder die aus der Mode gekommen sind oder Sachen, die wir geschenkt bekamen und nicht mögen oder nicht gebrauchen können. Für einige Leute kann das Loslassen ganz schön schwierig sein, wenn sie erst einmal im Besitz von gewissen Sachen sind. Die Mutter meiner burmesischen Freundin ist ein ganz hervorragendes Beispiel. Sie hat sich speziell aufbewahren und gebraucht in Papier- und Plastiksäcken, sowohl auch kleinen Büchsen und Behältern. Ihre Wohnung ist sehr klein und die Küche misst etwa zwei auf zwei Meter. Es hat eine kleine elektrische Platte auf einem kleinen Gestell und daneben hat es aber auch noch einen tönernen Topf, mit dem Sie kochen müssen, wenn Sie keinen elektrischen Strom haben. Und das geschieht alle zwei Tage. In einer Ecke ist eine kleine Ecke zum Abwaschen, natürlich auf dem Boden unten. Und dann gibt es noch einen Schrank, in dem Teller und Schalen aufbewahrt werden, sowie eine Menge kleinerer und größerer Behälter mit Zutaten und Gewürzen zum Kochen. In Asien muss man alle Esswaren in Luft- und wasserdichten Behältern aufbewahren, da sie sonst anfangen zu schimmeln oder da sie sonst die Beute von Ameisen oder anderem ungeziffern werden. Nicht nur im kleinen Küchenschrank, sondern auch an der Küchentüre und vor allem auf dem Schrank hatte es eine erstaunlich große Menge von gebrauchten Papier- und Plastiksäcken. Dazu kamen Glasflaschen, Plastikbehälter und leere Konservendosen. Sie wusch jeden Plastiksack fein säuberlich, bevor sie ihn aufbewahrte. Als ich wieder einmal auf Besuch dort war, entschloss ich mich, ein wenig aufzuräumen in der Küche. Schweizerin war ich schon. Diese Säcke, Behälter und Gläser, die waren schon seit Jahren dort, wenn nicht schon seit Jahrzehnten. Die Mutter meiner Freundin, die war natürlich ein wenig besorgt, dass ich zu viele eher so wertvolle Schätze wegwerfen würde. Und so kam sie auch in die Küche. Zum Beispiel fand ich dort eine kleine Kartonschachtel, die gefüllt war mit leeren Papiersäcken. Und es stellte sich heraus, dass diese Papiersäcke von Kaffeepulver waren, dass die Familie trank, als die Kinder, die Mimi und ihr Bruder, noch zur Schule und zur Universität gingen. Und das war vor gut 20 Jahren. Oder an der Küchentüre, da hingen drei große Plastiksäcke, die schon eine Zentimeter dicke Schicht Staub darauf hatten. Darin hatte es wahrscheinlich hunderte von kleineren, eben fein häuberlich gewaschenen Plastiksäcken. Sie hatte noch mehr gebrauchte Plastiksäcke an anderen Orten aufbewahrt. Und auf dem Küchenschrank, da entdeckte ich eine riesige Sammlung von alten Karton- und Styroporbehältern, die eben auch sorgfältig aufbewahrt wurden, im Falle, dass man sie vielleicht einmal brauchen könnte. Ich konnte die Mutter schlusslich überzeugen, dass ein paar von diesen Behältern genügen würden. Die Flaschen, Gläser und alten Konservendosen waren eine weitere faszinierende Sammlung. Die meisten dieser Konservendosen waren sowieso so rustisch, dass man sie gar nicht mehr gebrauchen konnte. Es war gar nicht so einfach für die Mutter, so viele von ihren wertvollen Sachen aufzugeben, die sie über Jahre und Jahrzehnte angesammelt hatte. Anhaftung, Begehren und Gier haben uns fest im Griff. Es ist gar nicht so einfach, gegen die innenwohnenden Gewohnheiten und Tendenzen anzukämpfen. Seither sind sie zwar drei Jahre verstrichen und in der Zwischenzeit ist die Küche wieder vollgepfercht mit allen möglichen Behältern, Dosen und Säcken. So schwierig es auch ist, materielle Sachen loszulassen, unsere Meinungen, Ansichten, Ideen und Theorien loszulassen, ist noch viel, viel schwieriger. Wir identifizieren unser Ich, unser Ego mit dem, was wir denken und glauben. Unsere Überzeugung beruht auf der falschen Annahme, dass es ein Ich oder ein Ego oder ein Selbst gibt, das seit der Geburt unveränderlich existiert hat und das so unveränderlich existieren wird, bis wir sterben. Und wir denken, dass es dieses Ich, dieses Ego ist, das handelt, spricht und denkt. Es ist aufgrund dieses Ich oder Egos, dass wir an unseren Ansichten, Meinungen und Ideen festhalten. Und das wiederum beeinflusst die Art und Weise unserer Wahrnehmung. Das führt zu geistiger Steifheit, da wir in unserer Wahrnehmung festgebaren sind. Wenn wir an unseren Ansichten festhalten, wie etwas gemacht oder ausgeführt werden sollte, dann sind wir ganz schön gefordert, wenn es dann eben nicht so ausgeführt wurde. Dazu möchte ich auch ein Beispiel anfügen. Ein ausländischer Mönch, der bei uns im Mahlzentrum meditierte, musste Passfotos für seine Visumsverlängerung machen lassen. Ich bestellte den Fotografen ins Zentrum und er machte etwa fünf verschiedene Fotos, da der Mönch später eine Vergrößerung machen wollte, vom Westen dieser Bilder. Der Fotograf sprach kein Englisch und so musste ich übersetzen. Der Mönch sagte, dass der Fotograf die Negative dann nicht in zwei schneiden sollte, sondern dass er sie alle zusammen lassen solle. Nach vier oder fünf Tagen kam der Fotograf mit den Bildern, jedes Bild mit dem entsprechenden Negativ in einem kleinen Plastik Sack rein. Das bedeutete natürlich, dass er die Negative verschnitten hatte. Da der Mönch am Meditieren war, auf der anderen Seite des Zentrums, nahm ich die Fotos entgegen und gab sie ihm dann später im Edsaal. Als er sah, dass die Negative verschnitten waren, da regte er sich natürlich furchtbar auf und er fragte mich, warum sie der Fotograf verschnitten hatte, obwohl er ihm doch ausdrücklich gesagt hatte, nicht zu tun. Natürlich konnte ich ihm nicht antworten. Der Mönch fuhr weiter zu erklären, dass er nach seiner Rückkehr eben noch selber weitere Kopien von diesen Negativen machen wollte. Doch er brauche mindestens vier Negative, die zusammenhängen, um sie in seinen Apparat einzuspannen. Da sie nun alle zerschnitten waren, konnte er sie nicht mehr gebrauchen, sie waren wertlos für ihn. So konnte er selber keine weiteren Kopien mehr machen. Darabhin sagte ich ihm, dass es hier in Burma möglich sei, Kopien auch von einem Einzelnen negativ zu machen. Das sei unmöglich, rief er aus. Und so musste ich ihm sagen, dass ich und auch schon andere Yogis schon öfter Kopien gemacht hätten von einem einzelnen Negativ. Er konnte es immer noch nicht glauben und er beharrte aus seiner Meinung, dass man dazu mindestens vier Negative brauchen, die zusammenhalten. Ich sage ihm dann noch mal, dass es eben hier in Burma möglich sei, dass sie wahrscheinlich einen anderen Apparat benutzen würden. Es war offensichtlich, dieser Mönch hatte große Schwierigkeiten, über seinen eigenen Schatten zu springen und die Möglichkeit zuzulassen, dass es eben auf eine andere Art und Weise möglich war. Das Ich oder das Ego lieben es gar nicht, herausgefordert zu werden oder zuzugeben zu müssen, dass man Unrecht hatte. Es ist nur aus diesem scheinbar sicheren Grund des Ich-Glaubens, dass wir uns wohl und glücklich fühlen. Auch hier ist es letztlich das Begehren und das Verlangen nach Sicherheit, nach einem sicheren Boden unter den Füßen. Doch auf Grund der zweiten Edeln Wahrheit führt es nicht zu Glück, sondern eben nur zu Unzufriedenheit oder Leiden. Damit kommen wir zur ersten Edeln Wahrheit. Das ist die Wahrheit vom Leiden. Der Buddha begann mit dieser Wahrheit, da sie uns alle betrifft. Wir haben alle verschiedene Stufen von Leiden und Unzufriedenheit erfahren und durchgemacht oder zumindest Zeiten in denen wir uns nicht vollständig glücklich oder zufrieden fühlten. Das Pali-Wort für die erste Wahrheit ist Dukka Satscha die Wahrheit vom Leiden. Das Pali-Wort Dukka hat eine viel weitere Bedeutung als nur Leiden. Es beinhaltet auch Schmerz, Kummer, Misere, Unzufriedenheit, Sorgen, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit oder Frustration. Dukka das beinhaltet körperlich und geistiges Leiden oder Unzufriedenheit. Der Buddha hat Leiden so beschrieben. Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden, Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung sind Leiden. Das Nichterlangen dessen, was man begehrt, ist Leiden und das Erlangen dessen, was man nicht begehrt, ist Leiden. Kurz gesagt, die Wahrheit von Dukka Leiden schließt unser ganzes Leben mit ein. Da die vier edlen Wahrheiten mit der Wahrheit vom Leiden beginnt, denken viele Leute, dass die buddhistische Lehre eine pessimistische Lehre sei. Das ist jedoch eine forschnelle Schlussfolgerung, ohne die tiefere Bedeutung dieser Aussage auch wirklich zu verstehen. Die buddhistische Lehre ist realistisch. Sie schaut in einer realistischen Weise unser Leben und die Welt an. Die Dinge werden objektiv angeschaut und es wird uns gesagt, was wir wirklich sind und woraus die Welt um uns herum auch wirklich besteht. Die Lehre zeigt uns einen Weg zum perfekten Frieden, zu größtem Glück und zu wahrer Zufriedenheit. Im Ganzen gibt es vier Ele Wahrheiten. Neben den zwei, die ich schon genannt habe, die Wahrheit vom Leiden und die Wahrheit von der Ursache des Leidens. Daneben gibt es noch zwei weitere Wahrheiten. Die dritte ist die Wahrheit vom Ende des Leidens und die vierte ist die Wahrheit vom Weg, der zum Ende des Leidens führt. Der Buddha begnüht sich nicht nur zu sagen, dass es Leiden und eine Irrkasse gibt, sondern er sagt auch ganz deutlich, dass es einen Weg gibt, der zum Ende des Leidens führt. Das bedeutet also, dass wir die Möglichkeit haben, unserem unzufriedenen Leben zu entrinnen und einen Zustand von wahren Frieden und Glück zu verwirklichen. Lass uns nun zur ersten Edeln Wahrheit zurückgehen, der Wahrheit vom Leiden. Wie ich vorhin erwähnt hatte, ist Geburt, Altern, Krankheit und Sterben Leiden. Weiter das Nichterlangen dessen, was man begehrt und das Erlangen dessen, was man nicht begehrt. Das alles ist Leiden. Das sind ganz offensichtliche Formen von körperlichem und geistigem Leiden. Geburt, Altern, Krankheit und Sterben sind oft begleitet von anderen körperlichen Schmerzen oder Gebrechen. Und das Nichterlangen dessen, was man begehrt und das Erlangen dessen, was man nicht begehrt, das führt oft zu weiteren geistigen Leiden oder Unzufriedenheit, zu Sorgen, Kummer, Enttäuschung, Unruhe, Depression, Wehklagen, Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Ob es nun körperlicher Schmerz oder geistiges Unwohlsein ist, unsere gewohnte Reaktion ist die der Ablehnung, der Aversion. Wir wollen uns dieser unangenehmen Empfindung so schnell als möglich entledigen. Körperlicher und geistiger Schmerz ist unangenehm und was unangenehm ist, das wollen wir meistens nicht anschauen. Wir suchen sofort nach Wegen und Methoden, uns davon zu entledigen. Darum gibt es auch unzählige Medikamente und andere Hilfsmittel, die eine schnelle Erleichterung von unangenehmen Empfindungen bereiten. Zum Beispiel für Kopfe greifen wir zu einem Aspirin oder für steife Muskeln reiben wir uns eine wärmende Salbe ein und für Magenprobleme da haben wir auch gleich die richtige Arznei zur Hand. Und in der gleichen Art und Weise gehen wir auch mit unserem geistigen Leiden um. In unserer großen Niedergeschlagenheit hören wir uns unsere Lieblingsmusik an oder wir gehen ins Kino oder den Kummer über den Verlust einer uns nahen Person vertränken wir in Alkohol oder nagende Sorgen wischen wir mit Hyperaktivität unter den Tisch. Sehr oft geschehen unsere Aktivitäten automatisch und wir sind uns dieser eingefleischten und gewohnheitsmäßigen Reaktionen des Wegrennens oder des Vermeidens von unangenehmen Empfindungen oft gar nicht bewusst. Wir fürchten uns diesen unangenehmen Empfindungen ins Gesicht schauen zu müssen und deshalb haben wir auch nie ihre wahre Natur gesehen. Wir wissen zwar dass es unangenehm ist oder dass es leidhaft ist doch wir sehen den Dingen nicht auf den Grund. Wir haben nur eine sehr vage und oberflächliche Vorstellung die auf unserer Unwissenheit und auf unserem Vorurteil beruht. Der Buddha sagte dass die erste edle Wahrheit von allen Leuten persönlich erkannt und verstanden werden muss. Unter dem Einfluss der Unwissenheit und eingekerkert in unsere falschen Vorstellungen haben wir ein völlig falsches Bild vom Schmerz oder einer sonstigen unangenehmen Empfindung. Wir haben den Mut nicht uns diesen angsteinflößenden Dingen den Schmerz zu stellen und falls wir uns wagen dann nur in ganz kleinen Schritten. Auf die Frage warum Erleuchtung in Stufen geschwäh antwortete der Sayada Upandita das ist auch ein großer burmesischer Meditationsmeister er sagte dass wir so viel Leiden auf einmal gar nicht ertragen könnten. Wenn wir Meditation praktizieren dann werden wir unweigerlich mit unangenehmen körperlichen und geistigen Empfindungen konfrontiert vor allem am Anfang unserer Praxis haben wir sehr viele körperliche Schmerzen zu ertragen die Beine schlafen ein der Rückenschmerz die Schultern sind steif der Kopf ist voller Druck brennende Schmerzen in den Fußknöchern oder Beißen im Gesicht oder Hitzewellen die durch unseren Körper gehen die erste Reaktion auf diese unangenehmen Entzündungen ist der Wunsch dass sie verschwinden mögen oder der Wunsch aufzustehen oder die Beine auszustrecken als Yogi sollten wir jedoch nicht in dieser gewohnheitsmäßigen Weise reagieren sondern wir sollten diese unangenehmen Entzündungen zum Objekt der Meditation machen und es dann aufmerksam beobachten dazu braucht man eine Offenheit und Akzeptanz des Herzens uns auf etwas Unangenehmes einzulassen es braucht auch Geduld und Ausdauer dabei zu bleiben und nicht gleich wieder aufzugeben erst wenn wir frei von allen Vorurteilen hinschauen und beobachten können wir die wahre Natur dieser unangenehmen Empfindungen erkennen zuerst realisieren wir dass es möglich ist wenigstens eine gewisse Zeit dabei bleiben zu können und da wir für eine gewisse Zeit beobachten sehen wir dass diese Empfindung nicht die ganze Zeit über gleich bleibt sondern dass sie sich verändert dass sie kommt und geht wir können sehen wie ein Schmerz im Rücken hochkommt wie er eine Weile bleibt und wie er dann wieder verschwindet oder wir können beobachten wie der Druck im Kopf entsteht und wie er sich dann nach einer Weile wieder von selbst auflöst auf diese Weise sehen wir die vergängliche Natur dieser Empfindungen Keine dieser schmerzhaften Empfindungen wird ewig sie kommen und gehen sie entstehen und vergehen später wenn die Achtsamkeit tiefer und die Konzentration größer geworden ist dann können wir mehr Details innerhalb dieser unangenehmen Empfindungen entdecken wir sehen dass der scheinbar solide Block von Schmerz überhaupt nicht solide ist sondern dass die ganze Zeit ganz kleine Veränderungen stattfinden der Schmerz mag sich von hier ein wenig nach dort drüben bewegen oder er mag stärker und dann wieder schwächer werden oder er mag sich ganz diffus ausbreiten oder sich in einem kleinen Punkt sammeln es kann ganz faszinierend sein alle diese Veränderungen zu beobachten und ein Zeuge dieses sich stets wechselnden Prozesse sein und damit beginnen wir auch ein realistischeres Bild vom Schmerz oder eben dieser unangenehmen Empfindung zu kriegen Schmerz muss nicht ein Feind sein den wir auf der Stelle los haben wollen mit der richtigen Einstellung und der Bereitschaft uns dem Schmerz zu stellen kann der Schmerz ein guter Freund werden oder sogar ein guter Lehrer mein Lehrer der Sayedho Ujanaka der sagt sehr oft Schmerz ist der beste Freund eines Meditierenden Natürlich ein Anfänger ist nicht gerade erfreut einen solchen Freund zu bekommen doch mit dem Vorschreiten in der Meditation kommt man zur Realisation dass der Schmerz eigentlich auch ganz hilfreich sein kann es führt nicht nur zu einem realistischeren Verständnis der wahren Natur des Schmerzes sondern es ist auch eine hilfreiche Unterstützung für eine gute Konzentration und für eine präzise Achtsamkeit wenn wir einen stechenden Schmerz im Knie beobachten zum Beispiel dann ist es sehr unwahrscheinlich dass der Geist abschweift oder über etwas anderes nachdenkt der Schmerz ist ein sehr guter Fokus und mit tieferer Konzentration können wir dann auch tiefer und tiefer eindringen der Sayada Ujana sagt auch sehr oft der Schmerz ist der Schlüssel für das Tor von Libana wenn wir eine schmerzhafte Empfindung beobachten können wir tiefe Einsichten in die wahre Natur der Dinge gewinnen was schließlich in der vollen Erkenntnis alle Seienden schipfelt wenn ihr Schmerzen habt dann seid ihr große Glücksfilze sei ein Freund habt der euch den Weg zu tiefgründigem Erkennen zeigen will ihr mögt nun einwenden dass es Momente des Glückes auch gibt der Buddha verneint diese Tatsache nicht er will uns nur zu verstehen geben dass diese Momente des Glückes nicht von Dauer sind dass sie nicht ewig wären sie sind genau wie alle anderen bedingten Phänomene der Veränderung untertan und somit können sie eben nicht als absolutes und wahres Glück gelten irgendwie wissen wir ja das und es ist aus diesem Unbehagen heraus dass wir immer wieder noch neuere noch bessere Bedingungen schaffen die aus Grundlage unseres Glückes dienen sollten unser Glück und unsere Zufriedenheit sind immer von äußeren Bedingungen abhängig wie zum Beispiel mit einer gewissen Person zusammen zu sein oder etwas bestimmtes zu essen oder an einem bestimmten Ort in die Ferien zu gehen oder eine bestimmte Musik zu hören oder in einem bestimmten Klima zu leben doch wenn die Bedingungen dann ändern dann verlieren wir die Grundlage unseres Glückes und dann müssen wir sofort neue Bedingungen erschaffen welche unserem Glück förderlich sind das ist ein endloses Spiel das uns nie das erhoffte Glück und den ersehnten Frieden bringen kann doch da wir den Weg zu wahrem Glück und Frieden nicht kennen sitzen wir in diesem teuflischen Kreislauf fest wir drehen unsere Runden in Samsara immer nach dem Glück jagend und es nie erwischend die dritte edle Wahrheit die Wahrheit vom Ende des Leiden ist eine klare Aussage dass es tatsächlich einen solchen Zustand gibt wenn das Leiden endet dann existiert Glück Frieden Ruhe Heiterkeit und Zufriedenheit und im Buddhismus nennen wir diesen Zustand Nibana es ist das Versiegen aller Geisteszustände die Leiden oder Unzufriedenheit hervorrufen oder anders gesagt es ist der Zustand in dem es kein Verlangen und Anhaften mehr gibt aller unser Durst ist gelöscht und unser Herzen Geist sind vollständig beruhigt und gesättigt Solange wir nicht erleuchtet sind dürften wir die ganze Zeit wir sind immer irgendwie unzufrieden und in einer oder anderen Art und Weise am Leiden es ist wie wenn wir unseren Durst mit Salzwasser löschen wollen je mehr wir trinken desto mehr Durst haben wir Die zweite edle Wahrheit die Wahrheit von der Ursache des Leidens sagt eben das Tanna das Begehren die Ursache unseres Leidens ist Es folgt nun logisch dass mit der Beseitigung der Ursache auch das Leiden zum Ende kommt und das ist was wir in der dritten Wahrheit finden Der Buddha und viele seiner Schülerinnen und Schüler von Annotazumal Dich jetzt haben das Ende des Leidens das Ungeformte das Ungeborene das Unkreierte oder das Bedingungslose Andere Worte zum Beschreiben sind Frieden das höchste Glück Befreiung Emanzipation oder Erhabenheit Wenn wir diese Ausdrücke gebrauchen müssen wir aufpassen dass wir sie nicht mit dem Glück oder dem Frieden verwechseln die aufgrund von weltlichen Bedingungen entstehen das Glück oder das Frieden von Nirvana sind von keinen äußeren Bedingungen oder Ursachen abhängig und das ist die wahre Freiheit Wir sind frei vom Zwang stets neue Bedingungen zu erschaffen welche die Grundlage unseres Glückes oder unserer Zufriedenheit sein müssen Der Frieden und das Glück von Nirvana die entstehen von innen heraus Es entsteht in einem vollständig geläuterten Herz und Geist in dem alle Kilesas verdörrt sind Nirvana wird realisiert mit dem Versiegen von Verlangen Aversion und Unwissenheit Auch wenn die meisten Leute Nirvana persönlich nicht direkt erfahren haben so bedeutet es nicht dass es nicht existiert Es bedeutet nur dass ihr Bewusstsein nicht genügend trainiert oder entwickelt ist um es eben auch selber und direkt zu erfahren Der Geschmack von Nibana ist der Geschmack von Freiheit oder Befreiung Es ist ein einzigartiger Geschmack der mit nichts verglichen werden kann Jeder Versuch ihn mit dem oder dem zu vergleichen der muss fehl schlagen Zum Beispiel ich versuchte den Helfern in unserem Zentrum in Burma schon einige Male zu beschreiben wie so richtiger Käse schmeckt Emmentaler Grüe oder Appenzeller Während den vielen Jahren in denen ich auch im Esssaal manchmal mit mit da haben einige der Helfer erkannt dass wir westlichen Leute eben andere Essgewohnheiten haben dass wir eben nicht dreimal am Tag Reis essen bis morgen zum Mittag und zum Sabig Ich versuche ihnen zu erklären dass zum Beispiel bei uns ein Abendessen aus Brot Butter Käse mit Gurken und Tomaten bestehen kann aber sie konnten überhaupt nicht verstehen wie man damit eben ohne Reis überhaupt satt werden kann Alle meine Versuche den Geschmack von Käse zu beschreiben die scheiterten sie konnten sich wirklich nichts vorstellen erst als meine Eltern auf Besuch kamen und eine große Ladung echten Schweizer Käse mitbrachten da konnten sie echten Schweizer Käse kosten aber für viele von ihnen war der Geschmack von Käse so fremd dass sie gar nicht mochten oder für mich war es interessant den Geschmack der verschiedenen tropischen oder subtropischen Früchte kennenzulernen ich ich hatte über die verschiedenen Geschmäcker von Mangosie oder Durian Rambutan Guava in Büchern gelesen doch es blieb immer ein Fragezeichen wie schmecken sie wirklich erst nachdem ich in Asien herumgereist war und die verschiedenen Früchte gekostet hatte erst da wusste ich wirklich wie sie schmeckten und so ist es eben auch mit Nibana wir können nie genau wissen wie Nibana wirklich schmeckt bevor wir es nicht selber erfahren und gekostet haben aber einmal verwirklicht wissen wir wie es schmeckt und dann haben wir auch keine Zweifel mehr an seiner Existenz diejenigen die den Geschmack von Freiheit erfahren haben versichern uns dass er wahrhaftig und auch in unserer Reichweite liegt die einzige Schwierigkeit besteht darin dass sie uns nicht mit ihrer Kraft zu diesem Zustand bringen können alles was sie tun können ist uns den Weg zu zeigen es liegt an uns den Weg zu verwirklichen und uns zu bemühen nicht einmal die Kraft der Allwissenheit befeigte den Buddha uns von den Ketten des Leidens zu lösen ein Vers in Samapada sagt ihr selber müsst euch eifrig mühen der Buddha zeigt euch nur den Weg das führt uns zu der vierten und letzten Wahrheit es ist die Wahrheit vom Pfad der zum Ende des Leidens führt nachdem der Buddha gesagt hatte dass es ein Ende vom Leiden gibt ist er nun so liebenswürdig uns den Pfad dorthin aufzuzeigen dieser Pfad wird der edle achtfache Pfad genannt man nennt ihn auch den mittleren Weg oder den mittleren Pfad daher die beiden Extreme vermeidet das eine Extrem ist die Suche nach Glück in den Sinnesvergnügungen und das andere Extrem ist die Suche nach Glück in den verschiedensten Formen der Selbst Kasteiung der Buddha hatte beide Extreme versucht als Prinz lebte er in großem Luxus und nachdem er den Palast verlassen hatte und Asket geworden war praktizierte er viele der damalig geläufigsten Praktiken der Selbst Kasteiung doch keiner dieser Pfade führte ihn zu vollständigem und wahrem Glück erst nachdem er die beiden Extreme aufgegeben hatte hatte fand er den Pfade in der Mitte dieser edle achtfache Pfade nimmt eine zentrale Stellung ein in der Lehre des Buddha während den 45 Jahren in denen er seine Lehre verbreitete handelten alle seine Vorträge oder Anweisungen in einer oder anderen Weise mit diesem Pfade er lehrte ihn in verschiedenen Arten und mit verschiedenen Worten je nach der Bildung und Auffassungsgabe seiner jeweiligen Zuhörer durch die Essenz seiner unzähligen Vorträge und Anweisungen kann in diesem achtfachen Pfad gefunden werden der Buddha lehrte diese vier edlen Wahrheiten in seiner allerersten Lehrrede die er den fünf Asketen im Tierpark von Saranath gab das ist in der Nähe von Varanasi in Indien diese Wahrheiten wurden nicht vom Buddha erfunden das waren universell existierende Wahrheiten die vom Buddha wieder entdeckt wurden und dann der Menschheit zugänglich gemacht wurden der Buddha lehrte dass die Wahrheit vom Leiden realisiert werden muss und die Wahrheit von der Ursache des Leidens die muss aufgegeben oder losgelassen werden die Wahrheit vom Ende des Leidens die muss persönlich verwirklicht werden und die Wahrheit vom Pfad der zum Ende des Leidens führt muss entwickelt und trainiert werden In den vier Reden Wahrheiten finden wir eine klare und verständliche Erklärung unserer nicht zufriedenstellenden Situation sowie eine Beschreibung wie wir aus dieser unbefriedigen Situation herauskommen können und wie wir wahres Glück und tiefen Frieden finden können zufrieden zufrieden und zufrieden und zufrieden